Warte mal, jetzt bin ich aus dem Takt, ja egal, wir spielen heute drei so, von der dritte Kampagne, auch jetzt hab ich's, genau. Wir rocken den Shit. Wir rocken den Shit, genau. Weil mir läuft's. Nochmal zusammenfassend, wir spielen Left 4 Dead 2, wir spielen die Kampagnen aber aus der 1 und wir sind bei der dritten Kampagne eingelangt. So. Wolltest du mich jetzt ein bisschen blöder darstellen? Nein, wollte ich überhaupt nicht. Ich wollte das eben nur nochmal fließend sagen, weil das wahrscheinlich... Louis hat die Fresse. Weil wahrscheinlich das alle nicht alle mitbekommen haben, meine gute Monik. Weil kurz... Ne, weil das Aufladenprogramm kurz abgekackt ist und ich die Aufladen nochmal neu starten musste. Deswegen. Und ich hab keinen Bock dann nochmal aus dem Spiel raus zu gehen. Deswegen hab ich das bloß gesagt. So und jetzt klatschen wir so um. Oh, der Gypsy sieht da mega heiß bei mir aus. Hihihi. Verbrennt ja ja nicht der Finger. Wolle mal, ich komm mal fix zu dir ran gespock. Jaaaa. Jaaaa, ich hab Fuddel gemacht. Wie sieht's denn aus? Ja, ich bleib du immer, stell du, 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 du. Entschuldige. Entschuldige. Sag du, du, du. Mach am Mutlu, das ist mein Unternehmen. Du, 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 du. Jaaaa, ich danke schön. Herzsch. So, das ist noch mal. So, das ist alles gefixt. Äh, ich hab's gebaute. ... Du bist sogar schlecht geklafen nochmal zu sein. Zack. Warte, unten lang! Vorsicht! Hallo? Geh bloß von... Lade nach! Bitte! Ich suche den schon nur drauf! Danke! Oh, Leute! Hallo! Danke! Danke! Mensch, du! Ich komm gleich mal am Anfang doch alles auf immer! Weißt du, gehen wir doch nicht auf den Sack, ey! Mal ganz ehrlich, das stinkt doch schon wieder nach Rettisch! Ach, das war jetzt 60, nach meiner Ferse! Ja, aber... Dafür sind wir doch hier! Logisch! Ist ja gut, ich komm ja schon! Was? Entschuldigung! Habt ihr doch die Vorfahrt genimmt! Vorfahrt genimmt, was? Ja! Nehmen wir den Tunnel! Hm, wir nehmen mal den Tunnel, genau! Geh auch mal hier durch! Ist ja kein anderer da, oder so! Hm! Wir müssen da rein, oder? Ja! Oh! Pass auf! Pass auf! Die Hütten habe ich bloß kurz hier gefunden, die hab ich einfach mal mitgenommen! Ich hab' gestritten! Hier ist ne Machete übrigens! Oh, jeder fette Jockey bei mir. Das heißt, ist ein Mistfieh. Dankeschön. Ich sehe dich. Erstes Warfier. Das ist Mistfiehscher. Warte mal ganz kurz, bitte. Ah, du. Ich guck mal, ob hier... Was ist das denn? Hä? Hunter. Mistfieh. Laserschul hier hinten. Laserschul hier hinten. Jo. Jo. Und hier ist ein Mann, der da kommt, ey. Ähm... Ich. Warte ich. Was ist das? Ach, Laservision, ja. Was willst denn du? Ja, ne, genau. Oh, ne. Der alte Muschi, oder was? Nein, nein, nein. Der Hobbyrohrer. Puh. Der Hobbyrohrer. Bleiben Sie mal ganz ruhig. Ey, wer wird denn das jetzt, ey? Was denn? Hä? Ja, ich guck mir das Ding an, will das aufnehmen und... Naja... Hatzel schießt voll drauf. Ich steh genau vor dem Ding. Entschuldige, bitte. Ich dachte, du wärst schon weg. Wenn ich da vorstehe, siehst du mich nicht? Ey, mich hat's nicht angezeigt. Dann sind wir bei mir weiter weg. Da ist wieder so nötiges Dreck. Da... Hier liegt eine Machete und eine Zeitbombe. Hier liegt eine Machete und eine Zeitbombe. Das tut nicht der Hunter. Ist aber weg. Und sie wissen nicht, was sie tun. Hau ich. Nur die besten Staaten hier. Aber wir müssen wohl jetzt rum. Ja, ich geh erstmal unten gucken, ja. Von wegen Zeugs und sowas. Hier sind nämlich noch BING. Tabletten und Spritze und so. Was ist denn hier hinten? Eine Brautfanne. Ne, ich hab mich kein Hunger auf Riei. So. Tabletten und Spritze. Äh, Tabletten hab ich schon genommen. Ich hab gesehen. Vorsicht, da kommt jemand. Alles schon gepatcht. What the fuck. Oh, Juggie. Und der Seth, hab ich gehört, ist müde? Äh, ja. Und der, äh, äh, wie sieht's mit dem Killer aus? Hat der noch mal was gesagt? Äh, keine Ahnung. Ich hab ihn geschrieben. Aber es kam bis jetzt nicht zurück. Der ist bestimmt auch eingepennt. Missbrau. Hier, Leute. Ich, ich, ich opfere mein Medi-Kit. Verbandstur. Das ist gut. Warte mal. Nimm mal Deins und dann nehmst es Meins. Weil ich nehm ein Defi mit. Alles gut. Von wegen meiner Aufgabe, die ich noch habe. Ja, verstehst Du? Ja, nein, ich hab auch die Aufgabe. Ach, hast du auch. Such dir einen anderen Defi-Berlaut. Ne. Das kommen wir gleich raus, Leute. Frisch Luft oder was sagst Du? Komm schon wieder hoch. Jetzt, Hallo. Bleib mal hier. Sef is... Sef is me. Das ist doch alles geplant und abgesprochen. Ich merke das doch schon. Hier Opane, bleib mal stehen. Ich geb dir mal was. Warte. Nee, nee. Aber dann nachher. Ich hab dir die Pillen gegeben, weil du sonst fast nichts weiter hast. Außer das Medikit. Und damit du dann das Medikit nimmst, hab ich dir auch mal die Pillen gegeben. Verstehst du? Wie stehst du genau am Eingang? Verstehst du? Mach mal die anderen durch. Ja, Entschuldigung. Nee, nee, Entschuldigung. Abnimm. Verstehst du? Oh, war ne gute Idee. Yeah! Übelste Menge weg. Sehr geil. Oh, ich bin doch nicht so fetzt. Die so rumgeflogen sind. Die scheinen was gesucht. Es war da ein Taubtete. Ja, das hab ich ihnen doch gesagt. Nein, sie verstehen nicht. Es war da ein Taubtete. Sag zu, so. Dann, Monique, abmoderieren und mit. Es war uns eine Ehre, dass sie mit uns gespielt haben. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss! Tschüss! Tschüss.